Und was wichtig ist, ist nicht, was man so denkt. Nicht, was man ist und wem man alles kennt. Ich kenn die Regeln, ich beherrsch das Spiel. Doch all das Wissen nützt nicht viel. Was wirklich wichtig ist, weiß ich es heute nicht. Was wichtig ist, das ist nicht, was du bist. Nicht, ob dein Leben anderen Leuten passt. Ich bin vor keinem Traum zurückgescheut. Doch habe ich auch nichts bereut. Was wirklich wichtig ist, weiß ich es heute nicht. Ich wollte mehr, was es noch war. Kein Stern war zu frem für mich. Jetzt steh ich da, fühle ganz klar, all das ist nichts wert ohne dich. Ich dachte, es wär wichtig, frei zu sein. Ich dachte, dass ich glücklich bin. Doch kommt mir, seitdem ich dich verlor, mein Leben wie ein Irrtum vor. Und was wirklich wichtig ist, weiß ich es heute nicht. Ich hatte Angst. Doch, ich weiß es heute nicht. Ich hoffe, was ich heute nicht. Wboy. Ich wünsche dir das Schmerz. Untertitelung des ZDF, 2020